Der Versuch, sich selbstständig zu machen, endet meistens so oder so ähnlich. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal die Zeit und zeige dir, wie man 2024 wirklich Kohle macht. Und zwar wirklich Kohle macht. Ganz kurz, hey, ich bin Niklas Spilmeier, der Typ hier auf dem Bild oder auch hier rechts unten, wo du mich siehst. Hier unten komme ich her, nämlich aus Bremen, aus einem der größten Produktionsanlagen von Mercedes-Benz weltweit. Habe da ganz normal gearbeitet, 9 to 5, normalen Job gehabt, 30 Urlaubstage, circa 2, 8 netto gemacht. Und mir ist irgendwann aufgefallen, ey krass, du willst das nicht 20, 30, 40 Jahre lang weitermachen, auch wenn der Job eigentlich in Ordnung ist. Und habe mich umgeschaut, was man machen kann und bin dann im Internet über die Möglichkeit gestolpert. Oh mein Gott, man kann sich selbstständig machen, kannte ich aus meinem Umfeld überhaupt nicht, hat mir nie irgendjemand geraten. Bin dann auf jeden Fall angefangen und habe an diesem Schreibtisch hier 2018 damit begonnen, Produkte über das Internet zu verkaufen. Wie und wo, das erkläre ich dir gleich, ist extrem spannend, unterscheidet sich wahrscheinlich davon, was du jetzt gerade denkst, was ich gemacht habe. Hier mal ein Bild, wie ich damals meine ersten Produkte fotografiert habe. Und anderthalb Jahre später konnte ich meinen Job kündigen und mein Traumleben, unter anderem die Welt zu bereisen und von dort zu arbeiten. Hier einfach mal ein paar Bilder von mir und nein, ich habe nicht nur die ganze Zeit am Pool gechillt oder bin die ganze Zeit Scooter gefahren oder hier mit irgendwelchen Meeresschildkröten durch Korallenriffe getaucht, sondern tatsächlich habe ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet, nur keine Bilder davon gemacht, wie ich sozusagen dort vom Strand aus den ganzen Tag am Hasseln war. Und ich konnte mir noch mein Traumauto kaufen. Witzige Story, denn genau dieses Auto habe ich früher selbst gebaut bei Mercedes-AMG E63, um Gottes Willen, E63 S, 612 PS. Ja, ich oute mich, ich bin kein Fan vom Tempolimit. Aber was noch viel geiler ist, als ich selbst ein Traumauto zu kaufen, war es meiner Mom, ihr Traumauto zu kaufen. Und zwar zu ihrem 60. Geburtstag. Meine Mom hat mich komplett alleine aufgezogen. Also Props an meine Mom dafür, dass ich überhaupt in der Lage bin, heute ein Business zu führen. Und jeder von euch weiß das, glaube ich, seinen Eltern was zurückzugeben, ist wirklich eine sehr, sehr geile Sache. So, also, weil ich das, was ich gemacht habe, einfach extrem gut kann, beziehungsweise das extrem gut funktioniert hat, habe ich dann irgendwann angefangen, auch anderen Leuten das beizubringen und ein richtig fettes Team aufzubauen. Aber Achtung, ich bin jetzt keiner von diesen Leuten, die dir erzählen, wie einfach das alles werden wird, denn ich weiß selbst, dass es das nicht ist und auch niemandem damit geholfen ist, ja, indem er oder sie verarscht wird. Deswegen bleiben wir hier auf jeden Fall beim Real Talk, denn wenn du Geld verdienen willst, dann wirst du diese drei Sachen hier zu 100% brauchen. Zeit, oh mein Gott, ja, du musst arbeiten, auch wenn du selbstständig bist, wahrscheinlich am Anfang sogar mehr, als du es jetzt gerade tust. Du wirst Geld investieren müssen zu 100% und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, du musst wissen, was du tust. Dieses Ganze, du brauchst keine Vorerfahrung, natürlich braucht man keine Vorerfahrung, auch ein Arzt startet irgendwann mal ohne Vorerfahrung, aber früher oder später musst du halt mal wirklich lernen, worum es geht und wie das ganze Ding funktioniert. Wenn du aber diese drei Sachen hast, dann ist es legit absolut möglich, in 6.000 bis 12 Monaten 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat zu verdienen. Und das sage ich nicht einfach nur so, nein, dieses Jahr ist zum Beispiel die ARD auf uns oder auf mich aufmerksam geworden und hatte einen Hate-Beitrag über mein Unternehmen e-commerce.de Consulting geplant, hat uns dazu die allerschlimmsten Investigativjournalisten überhaupt auf den Hals gehetzt, die hier bei uns vor Ort waren. Wir haben die dann auch eingeladen, mit unseren Kunden in Zusammenhang gebracht und am Ende haben die einfach festgestellt, oh fuck, das ist hier alles real und jeder Einzelne macht hier wirklich einfach Kohle. Das Ganze, du kannst dir ja zum Beispiel anschauen in der ARD-Mediathek oder auch auf YouTube, hat etwas mehr als eine halbe Million Klicks. Und in den Kommentaren werde ich einfach brutal zerrissen, wie das in Deutschland halt so ist, wenn man es von nichts zum Millionär schafft als Kapitalist, dann feiern das natürlich relativ wenig Leute. Aber mein Leben ist trotzdem geil, also schaut euch das unbedingt mal an, ist wirklich eine hilarious Doku. Also kurz zusammengefasst, ich komme aus der Kfz-Branche, ehemaliger Daimler-Mitarbeiter, selbst mehrere Marken erfolgreich aufgebaut, eine Marke geexitet. Ich bin Gründer von der gesamten e-commerce.de Gruppe. Wir sind die größte Bildungsplattform im gesamten deutschsprachigen Raum, was das Thema E-Commerce anbelangt. Da übrigens auch staatlich anerkannt, komplett eigene Logistik für Import, Export und Fulfillment aufgebaut. Also ich mache nicht nur irgendwelche digitalen Sachen, sondern wir organisieren das komplett weg. Über 80 Vollzeit-Mitarbeiter hier im Dachraum, also jetzt nicht irgendwelche ein oder zwei Euro pro Stunde Mitarbeiter irgendwo in Thailand oder sowas. Wir sind ein TÜV-zertifiziertes Unternehmen, bei der BAFA gelistet, bedeutet der deutsche Staat fördert andere Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, deswegen mit Steuergeldern. Weit über 500 Success-Stories von Kunden und zwar online, also nicht irgendwo fantasietechnisch in meinem Kopf, sondern die kannst du dir auf YouTube, im Internet, auf unserer Website reinziehen. Und mehrere Auszeichnungen und Pressebeiträge, Veranstalter, SellerCon-Live-Events machen wir auch. Über 2000 Besuche alleine in 2023 gehabt und die ballern immer richtig. Die Leute, die da sind ein Wochenende, die feiern uns brutal für das, was wir da wirklich auf die Beine stellen und wirklich auch in deren Leben und deren Unternehmen bewegen. Und das Unternehmerjournal hat mal getitelt, ey, ich bin der Typ, der Mann hinter diesen ganzen Paketen. Was ich ein ziemlich feierbares Zitat finde, deswegen habe ich sie einfach mal mit reingepackt. Aber das nur ganz kurz einfach zu mir, damit du weißt, wer ich bin und jetzt entscheiden kannst, ob du mir halt zuhören willst oder denkst, dass ich einfach nur ein Arschloch bin und keinen Bock auf mich hast. Denn das, was ich zu sagen habe, kann vielleicht dich und deine Zukunft brutal betreffen. Einfach, weil es brutaler Real Talk sein wird. Also, worum geht es überhaupt? Es geht um Amazon, genauer gesagt, um Verkaufen auf Amazon und zwar, indem man ganz gewöhnliche Produkte direkt dort verkauft, wo du und Millionen andere Deutsche jeden Tag Geld ausgeben. Und zwar auf Amazon ist im Grunde genommen genau das Gleiche wie auf Ebay auch, nur deutlich automatisierter und hundertmal größer. By the way, über 60% aller Produkte, die auf Amazon verkauft werden, kommen von Händlern und nicht von Amazon selbst. Wissen tatsächlich relativ viele Leute nicht. Und bevor du jetzt denkst, oh mein Gott, das ist ja total langweilig und ich habe schon tausendmal irgendwas von E-Commerce gehört. Nein, das hier wird anders und zwar hochinteressant für dich. Denn das machen nicht super viele, sondern das, was wir speziell machen, unterscheidet sich maßgeblich von dem, was die große Menge da draußen an E-Commerce predigt. Also wir machen kein Dropshipping oder irgendeinen Scammy-Shit, sondern verkaufen am Ende des Tages wirklich richtig geile Produkte an geile Kunden und verdienen dadurch extrem viel Geld. Also vielleicht zuerst ein paar Ergebnisse, damit du ungefähr so einen Blick dafür bekommen kannst, was einfach so möglich ist. Hier zum Beispiel mit Eduard, das war vor zwei Wochen, war der hier bei uns in Berlin im Office. Das ist jetzt sein zweites Jahr hier, fast die 700.000 Euro Umsatz hier schon an der Stelle geknackt. Ist ja auch noch November, also ein Monat ist noch da. Also wirklich geiles Ergebnis, hatte absolut gar keine Vorerfahrung und ja, reißt hier wirklich was ab. Kurzer Disclaimer, weil ich gleich noch ein, zwei weitere Erfolgsstories raushauen will. Also alle hier gezeigten Erfolgsgeschichten sind nachweisbar und echt. Dennoch kann ich hier absolut keine Ergebnisse garantieren und ich finde es auch absolut unseriös, das Ganze zu tun. Jede Erfolgsstory, also jeder von unseren Teilnehmern hier hat zuvor intensiv mit mir und meinem Team zusammengearbeitet. Und auch Startkapital in das eigene Business investiert, damit es am Ende des Tages läuft. Also das ist nicht aus guten Glaubenssätzen und ein bisschen Kaltduschen hier entstanden, sondern wirklich hat ein Fundament und einen richtigen Businessansatz. Oder hier zum Beispiel Sebastian, by the way, das sind auch unsere Kunden in der Regel nicht irgendwelche komischen Hartz-IV-Empfänger oder Leute, die einfach nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und sich dann selbstständig machen. Sondern Leute, die mit beiden beiden im Leben stehen, Family haben, einen normalen Job haben und einfach mehr vom Leben wollen. Und hier zum Beispiel Sebastian verkauft Camping- und Outdoor-Produkte und hier sein Post bei uns in der Folgeteilen-Gruppe. Servus zusammen. Wer kann sich noch an den Post Anfang des Jahres erinnern? Da hatte ich gerade mal die 10.000 Euro geknackt und war ziemlich out of stock, also ausverkauft. Aber jetzt volles Lager und direkt Boom, das erste Mal auch sechsstellige Monatsumsätze, also über 100.000 Euro Umsatz knallt, also richtig. Oder zum Beispiel hier Robert mit seiner Brand Yocasa verkaufen so Biomülleimer und Regentonnen. Also wirklich auch eigentlich abstrakte Produkte und machen damit aber einfach eiskalt über 500.000 Euro Monatsumsatz. Also wirklich eine fette Sache und das wie gesagt wirklich mit einem E-Commerce-Geschäftsmodell von zu Hause aus. Wie sowas möglich ist, obwohl alle drei angefangen haben, ihr Business komplett nebenberuflich aufzubauen, will ich dir kurz erklären. Also dabei geht es um FBA oder auch lang gesagt Fulfillment bei Amazon. Was bedeutet, Amazon lagert deine Produkte, Amazon versendet deine Produkte, die kümmern sich um die Retouren und sie kümmern sich um den Kundensupport. Du brauchst also keine Website, du brauchst keine Mitarbeiter, keine festen Arbeitszeiten oder irgendeinen bestimmten Ort, von dem du arbeiten musst, sondern kannst mehr oder weniger von zu Hause aus oder von überall aus von einem Schreibtisch jeden Tag hunderte von Einheiten verkaufen und musst nicht ein einziges dieser Produkte wirklich anfassen. Mega genial. Und das Geilste an Amazon ist, dass die Kunden halt so sind, shut up and take my fucking money. Also genauso wie du, wenn du auf Amazon gehst, du willst ja schon kaufen, du willst schon Geld ausgeben, sonst gehst du gar nicht auf Amazon drauf. Du musst also nicht irgendjemanden davon überzeugen, dein Produkt zu kaufen, sondern die Leute kommen auf die Plattform, die wollen schon kaufen und du musst ihnen nur noch zeigen, dass dein Produkt das Beste und Richtige ist für sie. Das heißt, Kunden sind schon auf der Plattform, sind schon kaufbereit und müssen nicht erst, wie bei einem eigenen Onlineshop beispielsweise, teuer über Werbung eingekauft werden. Deine Aufgabe ist es letztendlich einfach, ein Produkt zu finden, das Produkt direkt beim Hersteller einzukaufen und dann das Produkt direkt über Amazon zu vermarkten. Aber jetzt kommt es natürlich, denn so wie immer, wenn es darum geht, Geld zu machen, gibt es natürlich irgendwo auch einen Haken. Es gibt natürlich schon fast alle Produkte auf Amazon und auch mehrere Anbieter und Seller. Um genau zu sein, sogar über 40.000 Menschen in Deutschland, die schon von diesem Businessmodell leben. Also es ist nichts Neues, nichts unfassbar Innovatives oder Aufregendes. Im Grunde genommen geht es hier einfach nur darum, eine feste Strategie umzusetzen, um so viel sicherer und risikofreier an sein Ziel zu kommen. Amazon ist nämlich einfach so fucking groß geworden in den letzten Jahren, dass in vielen Nischen 10, 20 Händler oder teilweise sogar noch mehr gute Umsätze machen. Also es gibt nicht nur einen Winner pro Produkt, sondern teilweise wirklich extrem viele. Hier einfach mal ein Beispiel von einem Umsatzauszug aus der Kategorie Gaming Stuhl. All das sind Amazon Produkte, hier werden ihre Umsätze angezeigt und das sind nicht die Top Produkte, sondern ich habe hier runtergescrollt, schon ans Ende der ersten Seite, also der 49. angezeigte Artikel auf Amazon zum Keyword, also dem Suchbegriff Gaming Stuhl, macht brutalerweise einfach 42.000 Euro Umsatz. Es gibt hier insgesamt beim Gaming Stuhl insgesamt über 180 Anbieter. Manche Leute würden sagen, boah, das ist doch viel zu viel Competition, ich will irgendwo hin, wo es überhaupt keine Anbieter gibt. Der Durchschnittsumsatz pro Produkt liegt aber einfach bei über 60.000 Euro pro Monat. Und wer einfach nicht checkt, welche Power unter Amazon steckt, der denkt auch, dass das Internet in irgendeiner Art und Weise Neuland ist. Bedeutet also, du musst hier nicht irgendwie der Hauptgewinner sein oder der schnellste von einer Million Leuten, sondern teilweise reicht es halt auf Stelle 10 oder 20 zu sein, um trotzdem mit nur einem einzigen Produkt mehr zu verdienen, als du jetzt gerade in deinem Hauptzeitjob verdienst. War bei mir damals ganz genauso und ich habe wie gesagt 2,8 netto gemacht, also gar nicht so schlecht. So, obwohl dieses Businessmodell so einfach absolut genial ist, fehlen extrem viele bei dem Versuch erfolgreich auf Amazon zu verkaufen. Und das ist in jedem Businessmodell so. Und zwar, weil die Leute einfach hingehen, das Ganze überhaupt nicht ernst nehmen, nicht wirklich denken, dass Selbstständigkeit, ich meine, manche Leute studieren irgendwo 5 Jahre, um einen Job auszuüben, wo du 4 oder 5K brutto verdienst und um eine Selbstständigkeit auszuüben, wo du vielleicht 50 bis 100K verdienen kannst, ist es auch einmal zu viel verlangt, mal sich ein halbes Jahr wirklich in eine Materie einzuarbeiten. Dann gehen die Leute hin, kopieren irgendwelche Produkte, einfach nur, weil sie gute Umsätze machen, 1 zu 1 und denken, boah, ich kann das Produkt jetzt auch verkaufen. Oder denken, dass jeder Vollidiot ohne Vorwissen sofort reich wird, wenn er sich selbstständig macht. Oder wählen einfach irgendein Produkt aus, nur weil die Konkurrenz schwach ist. By the way, nicht ohne Grund sind die Bienen da, wo es die besten Blütennektar gibt. Genauso ist das im Business auch. Da, wo es viel Kohle zu holen gibt, gibt es natürlich auch viel Konkurrenz. Also sorry mal bitte, diese ganzen neuen Geschäftsmodelle, in denen absolut keine Konkurrenz herrscht, da ist einfach keine Konkurrenz, weil es da keine Kohle zu machen gibt. Und, oder die Leute failen einfach, weil beliebig möglichst günstige Produkte aus China importiert werden, irgendein Schrott, ohne einen wirklichen Plan zu haben, was man tut oder wer die am Ende überhaupt kaufen soll. Von all diesen Dingen halte ich gar nichts. Der Markt regelt das auch absolut nicht, selbst wenn er gigantisch groß ist auf Amazon. Und zum Beispiel mit dem Verkauf von solchen Handyhüllen hier, kann man einfach nur broke gehen und das auch vollkommen verdient, meiner Meinung nach, wenn man sich nicht mal in Geschäftsmodelle richtig einarbeitet. Ich habe genau das getan. Ich weiß ganz genau, worum es geht. Deswegen habe ich in den letzten Jahren mit meinen Teilnehmern zusammen über 3000 Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht. Und das nicht mit Zufall, nicht mit Glück, sondern ganz langweilig mit dem immer gleichen System. Und zwar aus dem Pain der Zielgruppe, ein neues, minimal besseres Produkt zu machen. Super simpel, kannst du dir aufschreiben, wenn du hier mitschreibst. Unglaublich wertvoll. Also stell dir einfach vor, wir schauen uns an zu einer bestimmten Produktgruppe, was fuckt die Zielgruppe, also die Kunden von diesem Produkt maßgeblich ab und verbessern das in den bereits existierenden Produkten und verkaufen es dadurch besser an die Zielgruppe als sonst irgendein Konkurrent. Damit das Ganze für dich logisch ist, Sinn macht, hier einfach mal ein, zwei Beispiele. Hier zum Beispiel ein Kaminkorb, ja, so aus Filz, das ist zum Beispiel ein Produkt, ja, da kam es halt deine Holzscheite für deinen Kamin drin stapeln und einen Abfuck, kennt der eine oder andere, der vielleicht keinen Kamin hat, kennt es zum Beispiel vom Einkaufen mit so einer Einkaufstüte. Man kriegt die immer nicht so richtig auf, ja, und an der Zeit ist die irgendwie ja so ein bisschen so ausgefedert, vor allem dadurch, dass diese Dinger hier echt schwer sind. Deswegen sind wir hingegangen, haben uns überlegt, was können wir besser machen, haben einfach einen Metallring hier oben entabliert. Das heißt, die Öffnung ist immer fix offen und das Ding kann sozusagen nicht so zusammensacken, sondern ist einfach immer sofort einsatzbereit. Mit dieser Idee verkauft hier unser Kunde mit seiner Brand Okitsch 93.000 Euro Umsatz pro Monat. Dabei bleiben ungefähr 17.000 Euro reiner Profit hängen, einfach durch diesen fucking Metallring. Der Pay in der Zielgruppe, also nach wenigen Benutzungen einfach ausgeleiert, ist damit gefixt und das Produkt läuft entsprechend gut. Oder ein anderes Beispiel, ein Campingstuhl, eigentlich ein Produkt, wo es schon zig hunderte von Sellern von gibt. Also unsere Konkurrenten würden sagen, ein komplett überranter Markt, in dem man keinen Profit mehr machen kann. Ich mit meiner Strategie kann dir einfach zeigen, hey, was ist vielleicht für die Zielgruppe relevant? Komfort bei langem Sitzen, wie wir das von, keine Ahnung, Bürostühlen oder anderen Stühlen kennen. Diese Premium-Stühle, die extrem ergonomisch sind, genau das gleiche haben wir umgesetzt für einen Campingstuhl. Hier an der Stelle sehen wir einfach normaler Campingstuhl und dann der Campingstuhl mit so einer Lendenstütze plus einem Nackenkissen und hier noch so ein Getränkehalter, genau da, wo man ihn nicht die ganze Zeit umstößt. Verkaufen das Ding für deutlich teurer und siehe da, erstes Jahr 200.000 Euro Umsatz und 67.000 Euro Gewinn. Brutal geiles Ergebnis, den Kunden extrem happy gemacht. Dann hier zum Beispiel Vogelhaus. Was ist der Pain, wenn man ein Vogelhaus hat? Richtig, sechs Monate lang im Jahr brauchen die Vögel überhaupt nichts zu essen, weil die sich daran erfreuen, dass Brombeeren, Himbeeren und sonstige Sträucher in Deutschland bei unserem nassfeuchten Wetter perfekt gedeihen. Deswegen hat sich einer unserer Teilnehmer einfach gedacht, okay, wie lösen wir diesen Pain? Wir wandeln einfach ein Vogelhaus oben im Sommer in eine Trinkstation, wo der Vogel hier unten sozusagen etwas Futter drin findet im Winter oder im Sommer halt einfach Wasser und die Vögel dann auch im Sommer beobachtet werden können. Das ist nämlich der Grund, warum die Kunden überhaupt so ein Produkt größtenteils kaufen. Und um sowas zu machen, musst du kein Erfinder sein, du musst keine besondere Kreativität haben, sondern es ist wirklich Kind, der leicht abzulesen. Hier übrigens auch noch ein, zwei YouTube-Videos auf meinem Niklas-Spielmann-YouTube-Kanal verlinkt. Also kannst du dir gerne einfach mal reinziehen. Da gibt es wirklich Videos, in denen ich zeige, wie man auf solche Ideen kommen kann. Und ich möchte es jetzt einfach an einem Praktischbeispiel zeigen, wie meine Strategie da ganz konkret ist. Weil die meisten Leute einfach, ja, selbst wenn sie teilweise hier irgendwelche Videos auf YouTube schauen, jetzt nicht von mir, aber von irgendwelchen anderen Leuten, die eigentlich keine Planung haben, weil die selbst nicht mal Amazon-Seller sind, alle gehen eigentlich falsch vor. Das hier sind die vier Schritte, mit denen ich und meine Teilnehmer systematisch Produkte finden, die dann eigentlich immer wirklich brutal profitabel auf Amazon funktionieren. Im Grunde genommen ein Vier-Schritte-Plan. Schritt Nummer eins, die Auswahl einer Produktnische aufgrund vorteilhafter Eigenschaften. Bedeutet also, wir entscheiden uns am Anfang einfach für irgendein Produkt, was uns interessiert. Zum Beispiel sowas wie Zelte, Kinderwagen, Hunderbett, Immun-Supplements, Möbel, Smoothie-Maker, keine Ahnung. Irgendwelche einfach geilen Produkte, in denen wir uns selbst ein bisschen anfreunden können, also uns auch mit der Zielgruppe auskennen. Dabei achten wir darauf, dass es Produkte sind, grundsätzlich, die möglichst teurer sind. Hier gilt der Grundsatz, je teurer, desto besser. Ganz ehrlich, würdest du lieber einen Mercedes verkaufen oder einen Opel? Wer von den beiden verdient mehr Kohle? Klar, Mercedes. Einfach, weil die eine Zielgruppe verkaufen, die mehr Geld hat und bereit ist, mehr Geld für ein Auto auszugeben. Dann, Produkte dürfen nicht zu leicht vergleichbar sein. Würdest du jetzt irgendeine Knoblauchpresse beispielsweise verkaufen? Sorry, aber warum sollte ein Kunde dann deutlich mehr Geld für dein Produkt ausgeben, wenn es auch schon zigtausend Knoblauchpressen für sieben oder acht Euro gibt? Du müsstest aber, um richtig fette Margen vielleicht zu machen, zwölf, dreizehn Euro dafür nehmen. Das heißt, um höhere Verkaufspreise durchzusetzen, brauchen wir Produkte, die schwierig miteinander zu vergleichen sind. Dann können wir den Einkaufspreis möglichst weit vom Verkaufspreis trennen und so verdient man als Unternehmer nun mal Geld. Und oder große Nachfrage und viele erfolgreiche Produkte. Also genau das Gegenteil von dem, was alle da draußen am Markt sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass man in irgendwelche Nischen gehen sollte, die absolut neu sind, in denen es keine Competition gibt, in denen es auch wahrscheinlich noch eine relativ geringe Nachfrage gibt, weil die vielleicht potenziell in ein, zwei, drei Jahren groß werden. Absoluter Bullshit. Geht doch einfach in einen Markt, wo es schon 50 erfolgreiche Seller gibt. Dann ist es wahrscheinlich viel einfacher, der 51 erfolgreichste zu sein, als in einen Markt zu gehen, in den es nur ein oder zwei erfolgreiche Seller gibt, um dann sozusagen zu versuchen, der dritte erfolgreiche Seller zu werden. Denn ganz ehrlich ist es einfach ein reines Zahlenverständnis. Es wird viel einfacher sein, wenn schon super viele Leute geschafft haben, es auch zu schaffen, als irgendwo erfolgreich zu sein, wo fast niemand irgendwas bisher erreicht hat. Dann eine solvente Zielgruppe, das ist ein ganz, also das Gegenteil von insolvent, also einfach eine Zielgruppe zu haben, die fucking viel Kohle hat und auch bereit ist, mehr als notwendig für das Produkt auszugeben. Ist, denke ich, klar. So können wir auch höhere Verkaufspreise durchsetzen. Und das Produkt muss einen möglichst großen Mehrwert bieten. Also verkauf nicht irgendwie eine Gabel oder ein Messer oder sowas, sondern verkauf Produkte, die für den Kunden wirklich extrem relevant sind. Also beispielsweise besserer Schlaf, mehr Ergonomie. Wenn ich jetzt Fahrrad fahre, gebe ich wahrscheinlich relativ viel Geld auch bereit, für den Sattel auszugeben. Zähne, Gesundheit und so weiter und so fort. Das sind Produkte, die sind wirklich bereit, extrem viel Kohle aufzugeben, obwohl die Produkte im Einkauf trotzdem sehr günstig sein können. Siehe beispielsweise Zahnbürsten. Es gibt Zahnbürsten für 1 Euro im Shop. Trotzdem gibt es Leute, die sich einfach Zahnbürsten für 200 Euro elektrisch kaufen, einfach weil die ein bisschen besser putzen können und damit der Pain vermieden wird, öfter zum Zahnarzt zu gehen. Wenn wir eine Nische ausgewählt haben, beispielsweise jetzt einfach mal Zelte. Dann gehen wir in den Schritt 2 und wir recherchieren die Bedürfnisse der Zielgruppe. Gucken wir uns also ganz genau an, was stört den Kunden an den aktuellen Angeboten, warum kaufen sie welches Produkt, welche Eigenschaften haben die Produkte innerhalb der Nische und was unterscheidet sie? Also zum Beispiel große Zelte, kleine Zelte, aus welchem Material, welche Form, welche Qualität, was für ein Zubehör und so weiter und so fort. Und wie sieht das ideale Produkt für den solventesten Teil der Zielgruppe aus? Also schau nicht, wie kann ich den Opel unter den Zelten kreieren, sondern wie kann ich den Benz unter den Zelten kreieren, denn das ist in der Regel immer die Positionierung, mit der du am meisten Geld verdienst. Stell dir das einfach so vor, du gehst in den Rewe-Supermarkt rein, es gibt eigentlich immer für fast alle Produkte so drei Preisstufen. Es gibt immer, sagen wir mal Nudeln, es gibt diese Nudeln für 40 Cent, dann gibt es diese Markennudeln für 1,50 Euro und dann gibt es noch diese Nudeln aus, keine Ahnung, Sojasprossen oder sonst irgendeinem Zeug für drei oder vier Euro. Und ich garantiere dir, die Nudeln für drei oder vier Euro machen mit Abstand am meisten Profit und genau dort willst du dich auch positionieren und das ist das, was die meisten Seller aktuell einfach nicht checken. Und Schritt Nummer drei, dann kreierst du ein neues Produkt mit den Informationen, die du hier aus diesem Schritt zwei erhalten hast. Du suchst nach einer Inspiration, am besten außerhalb von Amazon.de, denn du willst nicht der zehnte Verkäufer sein, der ein und dasselbe Produkt macht. Ein Beispiel, einfach auf den amerikanischen Markt zu schauen, auch auf Amazon, wo es über zehnmal so viele Händler gibt und auch über zehnmal so viele Produkte wie in Deutschland. Du findest also super viele Produkte, die in den USA super funktionieren, wo es schon Proof of Concept gibt, die du einfach nur beispielsweise nach Deutschland holen musst. Es gibt ja natürlich auch andere Strategien, das nur mal als Beispiel. Oder du zählst selbst eins zu eins zusammen und analysierst halt einfach den Pay in der Zielgruppe und verwandelst den in ein Angebot für deinen Kunden. Hast du das getan, dann gehst du in eine Gewinnkalkulation und schaust einfach, hey, was kostet mich dieses Produkt im Einkauf, was kostet es mich im Verkauf und dabei solltest du dann erreichen, dass du mindestens eine Marge von 30 Prozent ohne Werbekosten erreichen kannst. Dann weißt du auch am Ende des Tages, okay, hier kann ich wirklich bei jedem Verkauf später auf Amazon richtig fett abcachen und es lohnt sich für dich selbst. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 10.000 Euro Umsatz machst, was eigentlich jedes Produkt unserer Teilnehmer locker easy erreicht, dann hättest du schon bei 15 bis 20 Prozent Marge 1.500 bis 2.000 Euro Nettogewinn jeden Monat. Um das Ganze jetzt nochmal realistischer und einfacher und praktischer vor allem für dich zu erläutern, hier einfach mal das Toilettenbürsten-Beispiel mit meinem guten Kollegen und Geschäftspartner Luca Igel. Den Typen habe ich damals kennengelernt, als ich auf Bali war und indem er sich einfach vorgestellt hat, ziemlich witzige Story eigentlich, yo, ich verkaufe Toilettenbürsten und mache damit 40.000 Euro Monatsumsatz und 10.000 Euro Profit. Einfach random stellt euch vor, ihr geht auf irgendeine Party oder eure Eltern oder eure Nachbarn und fragen euch, was macht ihr beruflich und ihr verkauft einfach Klobürsten und macht einfach drei- oder viermal so viel Kohle wie die. Schon funny. Schritt Nummer 1, Auswahl der Nische. Einfach Toilettenbürste in diesem Fall, da große Nachfrage und großer Mehrwert für den Kunden. Zwei Recherche der Zielgruppenbedürfnisse mit dem Ergebnis, in dem Fall, alle sind abgefuckt von dreckigen Toilettenbürsten nach kurzer Zeit. Eigentlich wollte ich dieses Bild gar nicht zeigen, aber jeder kennt das, glaube ich, diesen absolut ekelhaften Toilettenbürsten-Look in viel von diesem, ja keine Ahnung, was ich Material, die hier auf jeden Fall sind. Das ist auf jeden Fall ein großer Pain von der Zielgruppe. Luca ist dann hingegangen im Schritt 3, Absetzen von bisheriger Konkurrenz, indem das Produkt verbessert wird. In den USA gab es zum Beispiel damals schon Silikonklobürsten, das hat er einfach kopiert, also wie gesagt, überhaupt keine Kreativität dabei eingesetzt und diese Silikonbürsten haben einfach den Vorteil, die werden nicht dreckig und können auch viel besser sauber machen sozusagen. Schritt 4 war jetzt einfach die Kalkulation der Einkaufspreise direkt beim Hersteller. Da lag der Einkauf zu diesem Produkt jetzt um die 2 Dollar und in Deutschland war der Verkaufspreis zwischen 15 und 18 Euro bedeutet eigentlich, ja, sehr gute Differenz zwischen EK und VK, obwohl es ein insgesamt eher sehr günstiges Produkt by the way ist. Also heutzutage würde ich immer eher deutlich teure Produkte verkaufen. Das ist das Produkt, was der Markt gebracht hat. Man sieht hier by the way auch, dass die Kunden ultra happy sind, über 1.800 Bewertungen, einfach 4,5 Sterne, also wirklich, wirklich happy. In der Spitze 40.000 Euro Monatsumsatz mit über 25% Marge, also 10.000 Euro Profit. So, und damit das Video jetzt keine 2 Stunden lang wird, hier einfach nochmal ein kurzer Überblick über die nächsten Schritte, die jetzt nach so einer Produktidee fällig wären. Erster Schritt, man sucht einen Lieferanten. Das by the way ist super easy, auch von einem Schreibtisch aus, ohne Vererfahrung machbar. Man muss einfach nur einmal kurz verstehen, wie man mit Herstellern in Kontakt tritt und wie man bei denen einkauft. Die freuen sich ja, wenn du auf die zukommst, weil die auch Business dadurch machen können. Zweiter Step, wir gründen immer eine Marke oder auch genannt Private Label. Bedeutet, dass wir nicht einen No-Name-Artikel auf den Markt bringen, sondern unser Produkt auch so vermarkten, als wären wir schon eine große Brand. Auch das ist eigentlich relativ einfach auf Amazon möglich. Du denkst bestimmt super oft, wenn du auf Amazon einkaufst, ey, das ist irgendeine Brand, obwohl du die gar nicht kennst und das sind genau solche Händler wie ich und meine Kunden, also Amazon FBA-Seller. Dann kommt der Transport und Import meistens nach Deutschland, weil in den meisten Fällen kaufst du die Ware halt nicht hier direkt in Deutschland ein. Dann erstellst du ein Listing, bedeutet, du kümmerst dich um Produktbilder, Video, Beschreibung, Titel und so weiter und so fort. Dann hast du die Möglichkeit, direkt auf Amazon auch Werbung zu schalten, also an die Leute, die sowieso schon ein Produkt kaufen wollen und dann startest du den Verkauf und wie gesagt, musst im Grunde genommen außer diesen Schritten nicht wirklich was machen. Wenn dich das ganze Thema interessiert, empfehle ich dir unbedingt, meine Amazon FBA-Schritt-für-Schritt-Anleitung 2023 hier reinzuziehen. Davon wird es natürlich auch eine Version für 2024 geben. Das Video ist einfach fast drei Stunden lang, hat knapp 300.000 Aufrufe, was ich jetzt vielleicht für irgendeinen Bibis Beauty Palace-Abonnenten nicht viel anhört, aber was absolut crazy in dem Business-Segment ist, dieses Video hat legit dazu geführt, dass über 1.000 Menschen sich selbstständig gemacht haben und damit fucking erfolgreich geworden sind. Also, kann sich richtig drauf freuen, es sind einfach über zweieinhalb Stunden purer Business-Kontext auf einem sehr, sehr hohen Mehrwert. Die Leute feiern mich in den Kommentaren brutal dafür, dass ich sowas so free rausgebe, aber wie gesagt, bei mir läuft es gut, ich werde auch dieses Jahr wieder weit über 10 Millionen Euro machen, habe es also nicht unbedingt notwendig, bei allen Sachen irgendwo irgendwas dazu zu verdienen, dementsprechend einfach ein Geschenk, richtig geiles Video und wenn du allgemein mehr über Amazon FBA erfahren willst und dir wertvolles Wissen dazu aneignen möchtest, weil du die Chance und das Potenzial dahinter erkannt hast, dann geh einfach auf www.ecommerce.de Ja, das ist meine Domain, ich weiß, das ist ziemlich geil und ziemlich einfach zu merken und nicht irgendein Cringer-Markenname, deswegen geh einfach mal drauf, check die Seite ab, check dir die Kundenergebnisse durch, schau meinen YouTube-Kanal an, ist auf jeden Fall eine geile Sache, dann dir vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Vielen Dank.